Es ist Schlafenszeit. Und beeil dich. Sonst wird's zu spät für die Geschichte. Wo waren wir stehen geblieben? Jeden Abend, wenn er Sophia ins Bett brachte, verwandelte sich ihr Vater in den Prinzen einer wunderbaren Welt, die er für sie erschaffen hatte. Die Geschichte beginnt in zwei Minuten. Und jeden Abend... Ich komme, Prinzessin! ...rettet der Prinz die Prinzessin. Bis eines Tages... Wie, du willst keine Geschichte. Papa, ich bin elf. Ich kann mir meine Geschichten selbst ausdenken. Verstehst du? Das ist das Ende, mein Freund. Hallo. Max. Monsieur, Sie dürfen hier nicht rein. Der Prinz kommt gleich. Ich bin der Prinz. Er kommt. Der Prinz. Was war das denn? Mein Vater war immer für mich da. Aber ab einem bestimmten Alter wollte ich auch ein bisschen mehr Freiheit. In die Versenkung schickt man die Figuren, die keine Rolle mehr spielen. Und sie verschwinden. Spurlos. Willkommen in der Versenkung. Kannst du mir das erklären? Soll das ein Witz sein? Hast du meine SMS gelesen? Ich tue, was ich will. Ich bin dein Vater. Kennen Sie sich mit Ausreißern aus? Sie sind ein wunderbarer Vater. Aber sie darf erwachsen werden. Ich bin hier eingesperrt. Es ist aus und vorbei. Lass nicht zu, dass sie dich vergessen! All die Geschichten nur, um vergessen zu werden? Die Prinzessin ist in Gefahr. Ich muss zu ihr.